Ich hatte keine Ahnung, was zu erwarten zu können. Ich war nicht involviert in dem Film zu machen. Ich habe es nicht direktiert, ich habe es nicht geschrieben. Ich bin nur ein Fanboy. Ich bin ein dunkles Theater. Das Film beginnt. Die Maschinen haben einen Terminator in die Zeit vor dem Krieg zurückgeschickt um meine Mutter, Sarah Connor, zu töten. Und ich beginne zu sehen, die ich erinnere. Es ist sehr respektvoll für die ersten zwei Filme. Eine schöne Nacht zum Spazierengehen, oder? Keine Sachen. Gib sie mir. Sofort. Und dann ist es plötzlich einfach schmerzt. Ich habe auf dich gewartet. Und jetzt gehe ich auf unsere Reise. Ich fühle mich, dass die Franchise reinvigoriert wurde. Das ist eine Renaissance. Komm mit mir, wenn du überleben willst! Alles hat sich verändert. Wenn du siehst, warum die Filme Klassiker geworden sind, hatten sie Charaktere, die du liebst. Ein Terminator. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Er sollte lernen, sich anzupassen. Das dauert wohl noch. Der neue Film, in meiner Meinung nach, ich denke, als der dritte Film. Wir sehen Arnold den Charaktere noch weiter. Jeder reagiert auf Sarah Connor. Für Frauen, ich denke, sie ist eine Art Empowerment. Und da gibt es eine Vulnerabilität. Denn diese Kraft kommt aus der Preis. John? Hi, Mom. Wie kannst du hier sein? Wir gingen von, in dem ersten Film, der Terminator der schlimmste Schmerz in der Geschichte, zu, in dem zweiten Film, ihn als fast ein Vaterfigur. Nein, Pops! Was tust du? John! Die Idee, von John Connor zu nehmen und ihn auf den Schmerzen zu nehmen. Was haben sie meinem Sohn angetan? Du hast mir beigebracht. Es ist ziemlich cool, denn du hast einen Riff gegen die Erwartung. Es geht um die Zwischen. Ich bin keine Maschine. Ich bin kein Mensch. Ich bin mehr. Wenn du die Filme der Terminator liebst, jetzt komm wieder. Du wirst diesen Film lieben. Nein!